Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein relativ zeitaufwendiges Achievement, das heißt in den Hexentrank gefallen und für diesen müssen wir in Drustfahr gleichzeitig unter der Wirkung von vier Hexengaben sowie Hexenfluch Moll stehen. Und ich habe das jetzt gerade gemacht, habe etwa drei Stunden dafür gebraucht. Ja, ihr hört richtig, ich habe drei Stunden dafür gebraucht und war jetzt gerade ein bisschen sprachlos am Ende. Denn, wie gesagt, ich bin drei Stunden rumgelaufen, dann habe ich nochmal ein bisschen was nachgelesen und habe gecheckt, dass ich seit drei Stunden Käse mache. Ich werde euch gleich zeigen, was ich für ein Shit gemacht habe und wie es relativ, ja, wahrscheinlich zügiger ist, bei mir geht zumindest. Genau, also als allererstes sind wir in einem bestimmten Gebiet. Und zwar sind wir in Drustfahr und zwar um diesen Baum hier rum, in diesem größeren Gebiet hier etwa. Ich habe da auch verschiedene Makros von Leuten, die schon Punkte rausgesucht haben, wo wir sammeln müssen. Ich habe hier drei Makros, die habe ich jetzt einmal gedrückt. Achso, warte mal, ich kann die mal hier hochziehen, dann seht ihr die vielleicht auch knapp über der Kamera. Genau, also die drei Makros, ABC habe ich die jetzt einfach mal genannt. Und ihr seht, wir haben hier einen ganzen Haufen Punkte auf der Karte. Ziel ist es, so kleine Fläschchen anzuklicken, dann kriegt man solche Buffs. Ihr seht, hier habe ich noch einen, die bringen verschiedene Effekte, dass man zum Beispiel mehr Schaden macht und andere Geschichten. Also prinzipiell sind es positive Effekte, ja. Die kriegt man dadurch, dass man so kleine Fläschchen aufmacht, halten fünf Minuten. Und das Ziel des Achievements ist eigentlich, ja, fünf Buffs zu haben, beziehungsweise vier Buffs. Hier haben wir zum Beispiel eins, also man sieht es teilweise echt schlecht, es liegt da nämlich an dem Baum dran. Mittlerweile, da ist jetzt auch gar kein Punkt, aber mittlerweile weiß ich ein paar auswendig. Und ihr habt es gerade gesehen, ich habe draufgedrückt und es ist nichts passiert, weil ich in der Gestalt war. Und ihr seht, das hier ist der Fluch, den wir brauchen, den ich etwa, ja, drei Stunden nicht gesehen habe. Denn wenn man in der Gestalt verwandelt ist als Druid, kriegt man den nicht, ja. Ähm, ich hatte jetzt, also es dauert eh relativ lang, dass man vier richtige Buffs kriegt. Die können nämlich auch wieder verschwinden. Also es kann auch sein, dass man an so ein Fläschchen hinläuft und quasi, ähm, kein Buff kriegt. Sondern, dass man einen, ähm, einen Debuff kriegt und man einen von den Buffs runtergenommen bekommt und solche Späßchen. Also dass man vier verschiedene in den fünf Minuten kriegt, ist teilweise relativ tricky. Weil man, wie gesagt, die teilweise die gleichen kriegen kann. Oder auch einen negativen Effekt, der uns auch wieder Buffs wegnimmt. Und das Gestalt hat es halt langweilig, beziehungsweise ich habe lange halt auch bei vielen Fläschchen gar keinen Buff gekriegt. Weil ich in der Gestalt war und eigentlich diese Verhexung hätte kriegen müssen. Heißt, wenn ihr Druid seid, könnt ihr halt, ähm, das oder auch Rocks so machen, dass ihr hier durchstafft. Und diese ganzen, äh, Dinger anklickt. Und ihr habt jetzt gesehen, jetzt habe ich wieder nichts gekriegt. Das war wahrscheinlich der Fluch oder nochmal derselbe Buff, ne. Und dementsprechend, wenn ihr dann alle vier habt, dann solltet ihr, wenn ihr denn Druid seid, diese Fläschchen nur noch anklicken, wenn ihr nicht Männergestalt seid. Sonst habt ihr die Problematik, dass einfach nichts passiert und ihr das Juven ihr abschließen werdet und hier fünf Stunden rumlauft. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in meinen Trial rein, wo ich es gekriegt habe. Ja, hier seht ihr, gerade mache ich das erste Fläschchen einmal auf, habe den ersten Buff auch gekriegt. Und ja, ich habe das jetzt ein wenig beschleunigt. Ich hatte zwar hier quasi, wenn man das mit den drei Stunden davor vergleicht, den top besten Run überhaupt. Weil oft bin ich hier halt rumgelaufen und habe gar keine Fläschchen gefunden, beziehungsweise habe halt keinen Effekt gekriegt, weil ich immer den gleichen hatte oder immer diesen negativen Effekt. Und hier habe ich, glaube ich, fünf Fläschchen aufgemacht und hatte es und hatte die relativ schnell auch hintereinander zusammen. Da war gerade der zweite und wie ihr seht, ich kann das alles hier full im Stealth machen. Bloß, wenn man die vier Buffs hat, dann darf man nicht mehr in der Katzengestalt oder irgendeiner Drill-Gestalt sein, sonst buckt das, wie ihr vorhin auch gerade gesehen habt. Das war auch schon der dritte, ging hier wirklich richtig, richtig smooth durch. Eine Minute bevor ich den Try gemacht habe, bevor ich das nachgelesen hatte, wollte ich eigentlich aufstecken, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das war gut, dass ich es nicht getan habe. Für die Klassen, die nicht Stealthen können, kann ich euch empfehlen, den Tank zu nehmen. Ihr könnt das Ganze auch mounted machen, sprich aufgemountet diese Fläschchen hier mitnehmen. Das funktioniert und hier seht ihr gerade den vierten Stack. Ihr müsst halt bloß schauen, wie ihr die Mobs handelt. Theoretisch kann man das natürlich auch in einer Gruppe machen, dass man immer Leute hat, die die Mobs wegklopfen, weil hier läuft schon ziemlich viel rum und die sind auch relativ nervig und vor allem es sind auch ein paar Elite. Und hier ist das letzte Fläschchen und ich gehe extra aus der Gestalt raus, werde verwandelt und habe dementsprechend die vier positiven Buffs drauf, als auch den Debuff, diesen Verwandlungseffekt und ja, damit auch das Achievement. Eigentlich ist es easy, man muss nur echt Luck haben und ich glaube, selbst mit dem Wissen, dass man nicht in der Druid-Gestalt sein darf, kann es wahrscheinlich eine Stunde dauern, dass man das macht. Das müsst ihr euch bewusst sein. Es ist eines der dreckigsten Achievements überhaupt, die mit Battle for Assault reingekommen sind. Mich würde jetzt interessieren, wie lange ihr dafür gebraucht habt, beziehungsweise was ihr von solchen Erfolgen haltet. Haut es gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.